Seit unter Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion erhoben worden war, da war es vorbei mit dem Frieden unter den Menschen, mit Brüderlichkeit und Mitleid. Bereits wenige Jahre später auf dem Konzil in Arl 314 hatte die Kirche jeden Deserteur des kaiserlichen Heeres mit dem Bann belegt. Es war vorbei mit der Verachtung der Dinge dieser Welt, mit der freiwilligen Armut der frühen Christen. Das galt nur noch für die Gläubigen, nicht mehr für die Führung der Kirche. Bereits 40 Jahre nach Konstantins Tod hatte die Kirche 10% vom Grund und Boden im römischen Weltreich besessen. Im Mittelalter wird sie in Westeuropa gar ein Drittel ihr Eigen nennen. Für Kaiser Konstantin war es eine rein politische Entscheidung gewesen, die Religion, die trotz vielfacher Verfolgung nicht einzudämmen war, zur Staatsreligion zu erheben. Die Christen hatten sich ja lediglich geweigert, an der gottgleichen Verehrung des Kaisers teilzunehmen. Indem ihnen eingeräumt worden war, den einzig wahren Glauben im Staate zu besitzen, hatten sie auf der anderen Seite den Kaiser als ihren weltlichen Herrn anerkennen müssen. Der Kaiser war und blieb der unumschränkte Herrscher über die Kirche. Konstantin selbst hatte sich erst auf seinem Sterbebett taufen lassen. Als die nachfolgenden römischen Kaiser zum Christentum übertraten, behaupteten sie ihre Würde als Oberpriester, nannten sich Pontifex Maximus, ein Titel, der später auf die Päpste übergehen sollte. Gleichzeitig hoben sie das Ansehen der Bischöfe ihren Gemeinden gegenüber. Manche Kaiser vertrauten ihre Kinder den Bischöfen zur Erziehung an, was dann die ganz natürliche Folge hatte, dass diese in der Furcht Gottes, das heißt, in der Demut gegen die Priester erzogen wurden, und, als sie selbst Kaiser wurden, ihre Knie vor denselben beugten und ihnen die Hände küssten. Rom war das Zentrum weltlicher Macht. Die Welt des Glaubens, sollte sie nicht ebenso regiert werden? Von Rom aus? Die von den Aposteln gestifteten Gemeinden waren die Richtschnur religiösen Lebens für die übrigen. Und da Rom die einzige Gemeinde im Abendland war, sie war von Paulus gestiftet worden, so war es denn ganz natürlich, dass sich die abendländischen Bischöfe hin und wieder in streitigen Fällen kollegialisch an die Bischöfe von Rom wandten und um Rat baten. Die Stelle des römischen Bischofs wurde nun eine sehr begehrte und beneidete. Der heidnische Stadthalter zu Rom, Prätextatus, sagte, »Macht mich zum Bischof von Rom, dann will ich sogleich Christ werden.« Die Bewerber um diese Stelle lieferten sich mitunter blutige Auseinandersetzungen. Alle Bischöfe nannten sich Papst, von Papa, Vater, oder Oberpriester, oder sogar Stellvertreter Jesu und gaben sich untereinander diese Titel, also auch dem Bischof von Rom, der bald Papst der Stadt Rom, bald schlichtweg Papst genannt wurde. Schon im vierten Jahrhundert verlangten die römischen Bischöfe, dass ihnen der erste Rang unter den Patriarchen, also auch unter allen Bischöfen, zuerkannt würde. Nicht, weil sie sich für Nachfolger Petri hielten, sondern weil sie ihren Sitz in der damaligen Hauptstadt der Welt hatten. Aber man dachte noch nicht daran, ihnen eine höhere Würde als den anderen Patriarchen einzuräumen. Die einzige rechtmaessige kirchliche Institution war die Allgemeine Kirchenversammlung. Für die Beachtung der Allgemeinen Kirchengesetze hatte dann jeder Bischof in seiner Diözese Sorge zu tragen. Mit welcher Vehemenz die frühen Christen um die Glaubenswahrheiten rangen, zeigte die zweite Kirchenversammlung zu Ephesus im Jahre 449. Militante Mönche erzwangen die Annahme ihrer Glaubenssätze mit dem Schwert, und die Zusammenkunft ging als Mörderversammlung in die Annalen ein. Weit wirksamer als die geistlichen Waffen waren eben irdische Knüppel. Zahllose Mönche bildeten förmlich Freikors, von fanatischen Bischöfen angetrieben, um theologische Streitigkeiten zu bereinigen. Der römische Feldherr Vitalianus musste 314 in Konstantinopel einrücken, um die Stadt vor den wütenden Mönchen zu schützen. Der römische Präfekt Orestes wollte der Verfolgung Einhalt gebieten. Allein er verlor darüber beinahe sein Leben, indem er von einem wütenden Mönch mit einem Stein am Kopfe schwer verwundet wurde. Die römische Regierung schwieg, da sie die Schuldige nicht zu strafen wagte. So groß war die Macht der Kirche bereit.